Musik Nichts ist besser in einem sonnigen Tag als ein erfrischendes Bad im Fluss Äh, Augenblick Mowgli, es gibt noch etwas Besseres, nämlich deinen Dschungelunterricht Äh, können wir das nicht später machen? Und was ist mit Bagheera? Warum wächst du ihn nicht auch auf? Äh, Bagheera hat mir die ganze Nacht geholfen, das hier zu sammeln Heute werden wir eine ganze Menge über Heilpflanzen lernen Diese Beere hier ist voller Vitamine, wirkt belebend und ist vor allem das perfekte Mittel gegen hohes Fieber Sie wirkt belebend? Dann muss ich eine nehmen, ich bin nämlich kurz davor einzuschlafen Mowgli, wenn du meinen Unterricht nicht ernst nimmst, könnte es passieren Wach auf, Bagheera, komm schon, wach auf! Äh, was, äh, was ist denn? Wo ist Balu? Es ist mächtig! Äh, ich bin hier, Darcy, was ist denn geschehen? Etwas Schlimmes ist passiert, ähm, was war es denn nur? Oh, ich hab es vergessen! Oh, du weißt bestimmt nicht, dass ein Langur-Affe furchtbares Bauchweh hat oben in den nördlichen Hügeln Ein kranker Langur in den nördlichen Hügeln? Ja! Woher weißt du das? Äh, wir dürfen keine Zeit verlieren, für dich ist es ein kurzer Flug, aber ich brauche Stunden, um zu Fuß dorthin zu gelangen Du gehst zu den nördlichen Hügeln? Warum? Oh, Darcy vergisst aber auch alles kaum, dass man sich umdreht Ah, ich wusste, dass mein Tag mit einem erfrischenden Bart beg... Greif uns ja nicht an, denn das würdest du schwer bereuen Wir haben nicht vor dir etwas zu tun, Büffel Wir haben gedacht, hier wäre ein Krokodil Mami, geh und bring dich in Sicherheit Nein, ich bleibe hier bei dir Wir laufen zur Herde zurück, sobald das Fieber weg ist Fieber? Wir haben eine Pflanze, die Fieber heilen kann Wir können euch helfen, vertraut uns Euch vertrauen? Menschen und große Katzen sind unsere ärgsten Feinde Du musst uns aber vertrauen, das Dschungelfieber kann tödlich sein Ich verspreche, diese Heilpflanze sofort zu besorgen Wir sind gleich wieder da Oh, ich hab vergessen, welche von diesen Bären gegen Fieber hilft Es war Nacht, als Baloo sie mir gezeigt hat Keine Ahnung, welche Farbe sie hat Oh, ich wünschte, wir könnten Baloo irgendwie erreichen Er ist schon viel zu weit entfernt Aber nicht für ein schnelles Vögelchen Bugli! Bagheera! Ich hab euch schon seit Jahren nicht gesehen Meinst du, sie wird es wirklich schaffen? Wir haben doch nur sie, Bagheera Oder der junge Büffel wird nicht überleben Darcy, du weißt doch noch, dass du Baloo zu den nördlichen Hügeln geschickt hast Nein Wir möchten, dass du dorthin fliegst und Baloo suchst Frag Baloo, welche von den Bären Fieber heilt Es ist dringend Oh, natürlich Geht es euch gut? Ähm, ja Du wirst es doch nicht vergessen, oder? Sag mal, was hältst du von mir? Glaubst du, ich hab Federn im Gehirn? Au! Diese Bäume wachsen aber schnell Der Ast war heute Morgen noch nicht da Oh, ihr habt die Wahrheit gesagt Ihr bringt die Heilpflanze Ja, vielleicht Wir müssen zuerst noch etwas überprüfen Oh Mami Mir ist unglaublich heiß Und gleichzeitig friere ich wie verrückt Mach dir keine Sorgen, mein Kleiner Dir wird es bald wieder besser gehen Das verspreche ich Oh, hoffen wir, dass da sie Baloo findet Wenn wir nicht bald wissen, welche Bäre das Fieber senkt Wird das Kalb nie wieder gesund Oh, zu den nördlichen Högeln Mugli verletzt sich auf mich Oh Da soll ich was nochmal tun? Oh, lecker Du kannst mir nicht wenig davon flattern Ich hab jede Menge Zeit Ich hab jede Menge Zeit Ich hab jede Menge Zeit Schirkan, da ist ein krankes Büffelkalb unten am Fluss Ein einzelner kleiner, schwacher Büffel Die perfekte Beute Ganz so allein ist er leider nicht Aber ich habe schon einen Plan Mein Maul ist ganz trocken Und ich bin so schrecklich müde Halt noch ein bisschen durch, mein Sohn Bitte Versuch zu trinken Das tut dir bestimmt gut Es ist vorbei, oder? Deine Freundin wird nicht kommen Doch, sie wird kommen Ich bin ganz sicher, dass sie schon auf dem Weg hierher ist Ich hab doch gesagt, ich krieg dich Und jetzt ein kleines Mittagsschläfchen Darcy? Was machst du denn hier? Ich weiß nicht genau Es hat etwas mit Mugli zu tun Es gibt irgendeinen Notfall? Einen Notfall? Das nennst du einen Plan Stundenüberstunden Du solltest dich besser verstecken Darcy! Du musst mal herkommen, aber schnell! Oh, was gibt es denn? Ich hab es eilig, weißt du? Sei still, oder ich fresse dich Nein, sie sollte nicht still sein Halt sie fest und folge mir Oh, bleib wach Bitte Bleib wach Wir müssen irgendwas unternehmen Er wird es uns nicht schaffen Da sie sind Schwierigkeiten Schnell, Bagheera Wir müssen sie suchen Soll ich vielleicht mitgehen? Genau so hab ich's mir gedacht Nein, bleib bei deinem Sohn Und beschützt ihn Sieht aus Als würde dein Plan Nicht funktionieren Gehen wir lieber Nach meinem Plan vor Hilfe! Hilfe! Oh, wer hat dir denn das angetan? Schirkan und Tabaki Dieser gemeine Scherzal hat gesagt Schrei dir den Hals aus dem Leib Damit Mugli dich findet Und wir sind drauf reingefallen Wer bist du? Ähm, ich bin hier Um deinen Kalb zu fressen Hilfe! 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 Diesmal wirst du mich nicht erwischen Du Mietzekatze! Was soll ich denn mit dir Wenn mich so ein Festmahl erwartet? Was? Niemand darf mich Mietzekatze nennen Oh, ich weiß wie es ist Wenn man das was man will nicht kriegt Oh, die Bären! Die Guten sind die... ...Roten! Hilfe! Hilfe! Lass sie los, oder? Du kriegst es mit mir zu tun! Du kannst mich ja nicht einmal kitzeln mit deinen Babyhörnern! Nein, aber ich kann nicht grün und blau stoßen! Hey, das tut weh! Das wird diesem Schakal eine Lehre sein! Schluss mit dir, Spielerei! Los, was schwindel ich hier kann! Oder du wirst es... Ich hau dir eins auf die Nase! Es hat geklappt! Und komm, ja nicht mehr her! Bist du sicher, dass diese Bären die Richtigen sind? Hundertprozentig! Drei von diesen Roten! Das hat Balou gesagt! Dann, eins, zwei, drei! Hier bitte! Mami, ich fühl mich schon viel besser! Jetzt können wir zurück zu unserer Herde laufen! Ich bin euch so dankbar! Und dir natürlich auch, kleiner Vogel! Darcy, ich bin beeindruckt, dass du dir die Roten Bären gemerkt hast! Sag mal, wie hast du das gemacht? Nun, mit einem kleinen Trick natürlich! Ich habe ihr einen Samenkorn gegeben, das gut für das Gedächtnis ist! Hä? Sie konnte sich ja nicht mal erinnern, warum du sie zu mir geschickt hast! Balou! Wie geht es dir? Wir haben uns ja seit Jahren nicht mehr gesehen! Ähm, dummerweise hält die Wirkung nicht sehr lange an! Hm, was? In den Dunkelhof, es geht in den Dunkelhof! Wie geht es dir? Wie geht es dir? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020